hallo jetzt ist ja schon eigentlich normal dass hier gerandaliert wird sobald ich die kamera anhand so ich habe ein päckchen von der lieben alfrede bekommen die hat mich angeschrieben und gefreut ob ich mit ihr tauschen möchte jetzt guck ich mal also ich habe jetzt den karton aufgeschnitten und ich gucke mit euch jetzt sind ihr schon mal drinnen ach ja das übliche passt für mich ich gucke mal ich schau mal da drinnen runter so ich schau mal auf den stuhl die katze nicht drauf die ja die wollte mich ja gestern sabote ach guck mal ach guck mal auch wie schön toll wenn ich guck mal grad jetzt runtergefallen das hat sie erst abgefallen aber das ist nicht schlimm da bleibe ich noch mal drauf moment ich mache mal kurz pause das ist wahrscheinlich eine längere angelegenheit so ich bin immer da ja elfriede ich habe eine ganze menge zeug das ist richtig also materialie das ist schon was also und du darfst gespannt sind was ich für dich mache also ich werde mich doch echt ins zeug legen du hast mir schon gesagt was dir gut gefällt und das werde ich auch dann bedenken toll ne die ist doch richtig schön die mache ich mal so hin das herz hier lehre ich mir noch mal da drauf so guck mal da da sind wie nennt man die dinger flatbags so körpise und sterne da ist ein herz hier schön cool sicher damit kann man was anfangen ne moment ich mach mal grad los oder drunter so ne ich muss da hin so dann lehre ich jetzt mal hier los hoch hoch also da ist ein selbstgemachtes mach ich mal zum schluss ich hoffe dass ich es nicht vergesse wie gestern aber wie gesagt boah toll da sind noch ähm doilies sorry toll cool die sind ja immer so gebraucht damit kann man auch so schöne sachen machen wie weil ich zeig es euch mal grad aber ich glaub das hab ich euch schon mal gezeigt ne da die hab ich dann schwarz angesprüht und guck mal ne das macht sich richtig gut ne cool toll ich kann also die kann ich richtig gut gebrauchen die zerschneide ich ja dann und mache so dingsbums ne irgendwo vorleg noch ein selbstgemachtes ich hoffe dass ich das ja alles selbstgemacht ach ja außer das da war also da mit liebe selbstgemacht da leidner zettelchen auch noch selbstgemacht ich denke das wird da drauf so dann oh haha ich sehe schon was ganz tolles auch sehr also eigentlich alles selbstgemacht also da und da liegt noch ein bogen drin straßaufbügler ach guck mal hat es ja hat es ja cool die ähm damals beim wie heißt das beim heike schäfer ne da war ich ja so verrückt auf die aufbügel stehen da hat es nie genug von den folien docken ne schön, cool Dankeschön warte mal, da kann ich im Holly schön T-Shirt damit machen weil ich, ja ich habe eh nur alte Lumpe sag ich jetzt mal da ist so was Teilen vor die Säue geschmissen so dann fange ich mal da oben an Moment, ich glaube ich setze mich jetzt so so fange ich mal an hier, mit dem Dorselbstgemachte ach, ich freue mich ich bin immer so aufgeregt wenn ich was kriege ich meine, das ist wahrscheinlich jeder da freut man sich neugierig und ja schön Papier und ganz stabil so richtig festet ganz zack ach guckt mal ach wie toll ach guckt mal wie schön jetzt licht das an ach süß guckt mal ach da ist ja noch eine Schachtel drin warte mal ach süß toll guckt mal wieso ist denn das ich muss mich stellen ich sehe so ein Schnicks guckt mal wie schön ja Lumo hä guckt mal inne sogar verkleidet ne warte Arbeit schön toll guckt mal an der Seite guckt mal was schön gemacht ne cool guckt mal und da in der Ach schön ausgeschlagen damit finde ich toll toll gemacht super der Deckel ach guckt mal das ist ja toll ne süß ach schön dankeschön ja die kann man jetzt ja gut gebrauchen jetzt kommt ja Weihnachten da sind die ja kommen die ja wie gerufen super schön wie gesagt und das mal da noch inne ich bin ja eher so ne ja ich bin froh wenn ich außer rum alles vorgeklebt habe da ups ist mir der Ding runtergefallen ja dann bin ich froh wenn ich die Sache nach machen ich war es gar nicht ne oh mein Gott ja wenn man dann sieht wie viel Liebe und 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 Zeit das ist ja jetzt nicht dass man das in 5 Minuten fertig hat ne ach guckt mal guckt mal wie schön das Papier ist ne blumen cool ne toll das gefällt mir richtig gut ach guckt mal warte die mache ich mal raus ach toll so dass wir nichts kaputt machen ach guckt mal so süß toll da gefällt mir richtig gut ach guck mal so putzig oh schöne Farbe gefällt mir gut also guck mal an toll danke Elfriede super schön gemacht also so richtig mit Liebe gemacht ohne Wissen also gefällt mir richtig gut toll schön da kann ich mir ach da fällt mir mit Sicherheit was in wo ich das verwende kann ach so das nächste ne Moment ich alter Hebel ich schwitze schon nochmal ich stehe jetzt immer wenn ich stehe fäng ich an zu schwitze ja aber das haben wir gestern ja schon geklärt ne ich will aber achten dass ihr alles seht deswegen muss ich jetzt mal stehenbleiben weil so klopapier juhu selbst gemacht was ist denn ach guckt ma oh warte oh warte warte na sag ma ach guckt ma wie toll ist es nicht putzig guck ma lomo hä toll wo gibt es denn die die schlüsselanhänger da also die ne die toll guck mal wie toll wie süß guck mal Hut ach wie süß guck mal ist ja selber gehäkelt gehäkelt ne ist das ne was hat gestrickt ne oh gott im himmel ich alter banause ach ich blamiere mich wenn er mal bis auf die knurre guckt mal wie toll sag mal wie soll ich schwarze finger ach ich schon ever was hab ich denn ever gemacht gestömpelt hm oh ja ich versauhe noch alles ey toll ach wie toll süß guckt mal wie schön das da gemacht ist eh ihr habt immer idee die krabbeli ne toll toll ach guck mal wie süß ach guck mal ausstandsungen meine süße klemmarschel die sind ja auch süß aber da kreise ja das ist denn alles so ich denke mal dass die Farbe so wie aussieht ne auch auch taube seht ihr dat ja wenn der fokus mal schalte wird ne seines amtes walten würde so ach toll guckt mal süß ey sag mal wie sieht mit Fingern aus ey richtig assi ey dann hier noch Pinguine weil wenn ich die jetzt raushole ne und das Püppchen kommt in die Nähe von dem Tisch ne ist hier nichts mehr da guckt mal wie toll wie sind die süß so süß so kleinputzig dann haben wir hier Herze ach mit dem schönen äh Lilla toll da Gutzja also Bonbons der fokussiert eigentlich nur nicht dort wo er soll ne dann hier Ketja ach guckt mal ist das süß guckt mal wie süß cool auch Sterne die sind auch toll ja kann ich jetzt ja ich meine das kann ich alles gut gebrauchen ne ist ja klar Blümcher Blümcher und hier zum ausmalen kleine Kinderwensch das kann man doch raus komm lass ich mal verschiebe das hat man doch süß ja genau kann man dann die Farbe benutze wie man halt braucht Mädchen oder Bub ne cool dankeschön das da freut mich ja wie gesagt wie gesagt Stanzteile kann man gut gebrauchen kann man gut gebrauchen für alles Möschli dann mach ich mal da doch auch selbst gemacht ich bin heute so müde ich weiß gar nicht was das ist Katastrophe ich könnte den ganzen Tag schlafen ja aber das geht ja nicht ich muss ja kann ich jetzt ja nicht den ganzen Tag verpennen haben ja noch andere Sachen wie zum Beispiel so eine tolle Goodie Bag auspacken jetzt haben wir das Papier das ist ja mal toll guckt mal von zwei Seiten super guckt euch das da mal an ist das nicht toll guckt mal guckt mal wie toll wow ja guckt mal hä ist das nicht toll toll guckt euch das mal an richtig toll ist auch noch voll gestoppt ach guckt mal ach guckt mal wie witzig guckt mal wie putzig die da aussehen da klebt noch ein kleiner Glitzerstehen drauf ach die sind ja mal süß wo gibt es denn so was guckt mal die sind ja mal richtig lustig mit kleiner Dingerscher dran wie hart cool die sind toll die sind ja mal richtig witzig mit ihrer kleine Glocke äh Obe oh mein Gott Glöckscher sind ja Glöckscher sind ja Kek ne komm ich mach's kaputt da ist ja ein Katastrophe bis ich die Dinger da ausgepackt hab ach guckt mal selbstgemachte Text ah hier guck mal wie schön oh guck mal ich fummel hier rum ihr seht das gar nicht gell toll guckt mal ist das nicht toll wow toll gemacht guckt mal wie schön die Idee noch so kleine Texte runter hängen sie los so schön gemacht guck mal die sind ja mal super Dankeschön hast du ja so viel Mühe gell äh der Hammer das mach ich mal noch weg mach ich jetzt aber lauer nummerin die Texte ne weil ja mir ist das ja nicht Entue mit der Katzlo im Lilli geht das ne aber ähm Püppchen ist ein kleiner Satansbrot ne das schmeißt mir alles runter guck mal ganzer Beutel mit süßen schönen Glitzerstehen toll wenn wir da tolle dabei sind ey Hammerhart oder cool wow ach guck mal da ne die glitzern ja wie der Teufel na guck mal hä schön cool kann man mal Heimer weiter ich muss auf die Uhr aufpassen machen wir es dann warte mal wie geht es dann so auf ich habe eher so kleine Album zusammengeklebt die Finger die Klebe immer noch weißt du wenn der Klebe mal so gut auf die Papierhalle wird wie er auf meine Finger hält da wäre das ja super Sache aber so so na na jawohl toll wie nennt man die Dinger ich weiß nicht ich sah nichts mehr ja wie schön ach guck mal toll cool da kann man da kann man das ist schön lauter schöne Sachen wo man gut immer verwenden kann da guckt mal so die Gläser ich finde die Gläser hier einfach Hammer ne ich kann doch gar nicht Stanze und Stempel genug davon haben ne toll schön ach guck mal da huch toll guck mal cool da die Flasche süß ganz cool ach guck mal Sprüche sind nicht Aufkleber ne sieht so aus huch sorry ja sieht aus wie Aufkleber cool warte ich lehne die mal doch gerade mal hin ist da einer runtergefallen ich will mich jetzt nicht blamiere indem ich mein unfassbares Englisch an der Dach lehre ja genau esse trinke und tanzen genau das ist mein Programm das wäre was ich vergesse halt einfach immer nur tanze ich esse und trinke halt und figurtechnisch merkt man das auch dass ich dann das tanzen vergesse ja aber mein Gott ne gibt Schlimmeres ach du scheiße guckt euch das mal aber sie sich vermögen hat der helle Wahnsinn ne der helle Wahnsinn guckt mal wie schön ne ich hoffe ihr seht das alles meinem rumgefuhren da toll in weiß in alle Farbe super super cool das haben wir da noch ja ich mach die alle gar dann in den Goodie Bag da nochmal rinnen oh wie schön wie chargierend ja herz ja dingenswarte ich mach da nochmal rinnen so so ah ja da ist ja noch eine Fachfolge ups so da die passe in der in der in der Kronkorkerin ne denke ich mal ach wie toll guckt mal an hä oh Schneekugel toll wie schön da kriegt man so das Wintergefühl ne wenn man so Sachen sieht oh die Flüchte schon Schneemänner Eisbär wie süß mein Herz ja was du dir da vermügen hast her die Sache da auszuschneiden und und zu stempeln und zu stanzen und was also zu stanzen ich sage mal zum stanzen stempeln na also nicht dass wir jetzt gleich noch irgendwelche Korrekturen um die Ohre fliehen ach die liebe Güte ei ei muss man noch aufpassen was man sagt hey oh guck mal hat das schon da sind unterschiedlich Größe die kann man ja übereinander warte mal ah ja guck mal hat es ja schon vorgemacht guck mal wie schön toll toll ne so schön ja guck mal warte mal man macht das doch mal jetzt wo ist denn dann da so sind große gehen wir mal die kleinen so drüber ne halt so wie man halt will ne cool schön toll da hast du dich echt richtig bemüht oh jetzt komm schnell weg damit sonst habe ich gleich die ganze schöne Sache kaputt gerobbt weil die da an dem Kleber kleben bleiben oh das ist auch so toll die Farbe das ist so so lax so toll die Farbe gefällt mir richtig gut schön cool oh wow toll dankeschön da hast du echt das meisterwerk hier zerfetze in alle richtungen klebe und was weiß ich da toll oder ist das nicht ein traum wie schön guck mal die bordüre da ist ja auch so cool guck mal da cool oder die ist ja mal süß dankeschön toll richtig schön hups soll ich gerade jetzt wollte ich gerade die Stehen weg ich bin so vorwitzig guck mal schankischam ich mach es jetzt mal troppe es jetzt einfach mal so ab dann begutachte mir die Sache mal aus der Nähe so ach was tolle Perle guck mal guck mal was der Engel da für schöne Perle hat warte mal sieht man zu ja guck mal hä ist das nicht ein Traum Luma wie toll ach guck mal da cool da sind ja noch von denen tolle Perle wow guck mal wie schön der da guck mal da wow toll oder so toll ja natürlich kommt das nicht an mein Schlüssel oder an meine Tasche aber guck mal da sicher habe ich das erst gar nicht gesehen die tolle Herz ja da sicher entdeckt mal ach guck mal die gefrostete Perle gefällt mir auch so super toll schön toll dankeschön oh der Engel ist ja der ist ja also der da jetzt mit dem Blau also Blau ist jetzt nicht so mein Fall ne aber dieses türkis ich meine so türkis ist das das ist so toll also so schön dankeschön das lassen aber auch coole Dinger schön ne habe ich noch nie gesehen krass toll toll dankeschön ich freue mich total wo hänge ich da dann jetzt hin ne ich läse jetzt hin ich suche einen Ruheplatz so guck mal cool ne schön da freue ich mich ach ja ach ja ach wie schön ich freue mich richtig wenn ich nicht so miet wäre ne aber ich bin so miet das klappt mir kein Mensch ich könnte eben stehe inschlafen eine Katastrophe aber ich habe gedacht komm vielleicht bin ich dann im Hormon da wenn ich das Päckchen aufpacke wow oh wow Moment ich hole mal das Papier weg oh guckt euch das mal an hä guck mal ach guck mal wie schön wie der glitzert guck mal da ist ja hohe Arbeit gewesen hä toll guckt euch das mal an hä ist das nicht toll guck mal wie schön guck mal da ist ja ach wow so Päckchen hab ich noch gehängt also so so guck mal toll oder also das da ist ja ein Haufe Arbeit da ist noch ein bisschen Kleber von der Heißkleberpistole das macht man ab ganz toll ich mach mal auf ach da ist ja noch was drin Samo aber da ist ja richtig schön ne was da Arbeit ist dazu so machen ne ist schon der Hammer ey so süß toll richtig cool ach ich bewundere das ja wenn einer so was kann so Handarbeit so schöne Sachen zu zaubern ne das wäre mir also das kriege ich ja gar nicht hin da bin ich ja echt also ich hab mal versucht zu stricken das kriege ich hin aber ich hab immer nur die Vorher und die Rückseite gestrickt aber keine Arme ne oh das ist ja mal toll das fühlt sich an als wäre was da drin was ist da drin es ist doch was drin vielleicht nur dass es stabil bleibt oder so guck mal wie toll hä so toll gemacht ne guckt euch das mal oh ah das ist bestimmt ich weiß nicht ich sah jetzt nichts ich freu lieber nur ich freu das Alfrede einfach nur was das los sehen kann guck mal wie schön ne ganz toll cool wartet gleich mal da hin süß so jetzt gucken wir mal noch da ne so jetzt haben wir 30 minuten ich tun aber das Video nur mal teile warte ich schläge das jetzt mal da drauf dass wir da direkt weitermachen weil da wie gesagt wenn ich jetzt so genau gucke das dauert mehr weißt du da habe ich Angst dass das nochmal geschniet wird einfach ok bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich